Dieses Wort ist ein Verb und es bedeutet, dass man etwas auf bestimmte Merkmale hin untersucht und etwas zerlegt und dadurch näher beleuchtet. Je nachdem, worauf der Schwerpunkt gelegt werden soll, kann etwas unter verschiedenen Gesichtspunkten analysiert werden. Vor allem in den Wissenschaften, in der Chemie, wenn Substanzen analysiert werden, schaut man danach, woraus sie bestehen, was darin enthalten ist und welche Abläufe zu welchen Ergebnissen führen. Es ist das Verb analysieren. Hier wieder ein Y, das als Ü gesprochen wird. Analysieren. Analysieren.